Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen. Ein Buch vom Bestsellerautor Gerhard Wisniewski, der mit dieser Reihe jedes Jahr auf der Spiegel-Bestsellerliste landet. Ein Buch, was dir wunderbar zusammenfasst, was im vergangenen Jahr die Politiker-Kaste, Bilderberger, Lobbys, Pharmaindustrie, dieser ganze Inzesthaufen verzapft hat. Und da die Leute das natürlich auch wissen wollen, wird es auch gekauft. Dieses Jahr ist es auf Platz 3 mit Verheimlicht, Vertuscht, Vergessen 2023. Aber siehe da, das Buch macht seinen Inhalt alle Ehre. Und zwar wird es von massiv vielen Verlägen boykottiert und einfach nicht ausgestellt. So sieht man dann auf Platz 3 einfach andere Bücher, statt dem von Gerhard Wisniewski. Welch Ironie, jedes Jahr das gleiche Spiel um das Buch, was euch zeigen will, was man alles verheimlicht. Und was passiert? Es wird selbst verheimlicht.